So, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung. Ich bin einigermaßen wieder gesund. Hoffentlich haben Sie die Zeit, die ausgefallen ist, irgendwie sinnvoll genutzt. Wenn nicht, sind wir uns wahrscheinlich relativ ähnlich. Ja, bevor wir einsteigen in den Inhalt, nochmal zum Überblick. Wir sind jetzt immer noch im Kapitel Eigentumsrechte. Wir sind mittendrin bei der empirischen Evidenz. Genau, wir hatten ja letzte Woche abgehakt, so ein bisschen Wiederholung zur Theorie. Und dann hatten wir uns experimentelle Evidenz angeschaut. Sie wissen noch, das waren die drei Studien von Hoffmann-Spitzer einerseits, Kahneman et al. andererseits und das dritte war dann Schwab. Und da hatten wir gesehen, dass man das Setting, die Verhandlungssituation von Coase, die kann man halt beliebig ausgestalten. Und je nachdem, wie man es ausgestaltet, wie stark die Transaktionskosten sind, kommen eben andere Sachen raus. Manchmal gab es die Verhandlungslösung, manchmal nicht. Und diese Woche geht es jetzt weiter mit nicht-experimenteller Evidenz. Und Sie werden sehen, das ist ziemlich bunt gemischt. Da haben wir alles Mögliche dabei, von reinen Fallstudien zu reinen deskriptiven Statistiken bis hin zu richtigen ökonometrischen Studien. Wie immer, vorab noch ein Wort zur Literatur. Heute ist ausschließlich relevant der Überblicksartikel aus der Encyclopedia. Genau, und da hatten wir ja letzte Woche diese drei Studien schon abgehakt. Und jetzt steigen wir eben ein in die restlichen Studien. Nicht in der Reihenfolge, wie ich sie hier aufgeführt habe, sondern in der Reihenfolge, wie sie in dem Überblicksartikel auftauchen. Und ich weise gerne nochmal darauf hin, dass hier, hier habe ich verlinkt auf einen TED-Vortrag, der eben sehr unterhaltsam und informativ ist und eben eine direkte Anwendung des Kost-Theorems darstellt. So, aber jetzt steigen wir mal ein. Wir waren hier bei der empirischen Evidenz zum Kost-Theorem, hatten die ersten drei experimentellen Studien schon abgehakt und steigen jetzt ein in nicht-experimentelle Evidenz. Ach ja, was den Aufbau angeht, ich habe mir überlegt, es könnte ganz nützlich sein, bei den Studien, wo Statistik vorkommt oder wo Ökonometrie benutzt wird, mache ich jetzt hier in der Vorlesung nur quasi die Beschreibung der Studie und was rauskommt und die Interpretation und in der Übung bereite ich Ihnen dann die expliziten statistischen Ergebnisse auf in der Übungsaufgabe, dann haben Sie direkt mehr. Da haben Sie eher was von, als wenn ich Ihnen hier jetzt Tabellen zeige in der Vorlesung. Okay. Und in der ersten Studie, die wir uns anschauen, untersucht Kenneth Vogel, Vogel wahrscheinlich auf Englisch, die Studie ist von 87 und in dieser Studie untersucht Vogel historische Daten zur Haftung bei Viehschaden. Wenn Sie zurückdenken an den eigentlichen Artikel von Coase zum Coase-Theorem, also den von, ich weiß nicht, da und zwar 30 oder so, da benutzt er als Beispiel, als theoretisches Beispiel eben benachbarte Bauern. Also einer ist ein Viehbauer, einer ist ein Getreidebauer und genau, sein Beispiel ist eben, dass das Vieh vom Viehzüchter eben ab und zu wegläuft und erheblichen Schaden beim Getreidebauen anrichtet. Und dann ist eben die Frage, wer haftet und laut Coase-Theorem, wenn alle Annahme erfüllt sind, dann ist es egal, wer haftet, nicht wahr? Das ist ja die Invarianz-These. So, und genau um dieses Beispiel geht es hier. mit echten Daten und ein bisschen zum Background dieser Studie. Es geht um Kalifornien, um das ganze Bundesland und zwar um historische Daten. Als Kalifornien nämlich 1850, als Bundesland in die USA aufgenommen wurde, da waren Bergbau und Viehzucht die zwei wichtigsten Wirtschaftszweige. Und das Setup für die Studie ist jetzt wie folgt. Als Kalifornien nun 1850 in die USA eintrat, waren in Kalifornien Viehzüchter grundsätzlich nicht haftbar für Schäden, die durch entlaufenes Vieh bei Getreidebauern entstanden. Das passt ganz gut zu der Ausgangsbeobachtung, dass Viehzucht eben ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der kalifornischen Wirtschaft war und deswegen waren Viehzüchter nicht haftbar. Stattdessen waren die Getreidebauern selber dafür verantwortlich, ihre Felder zu umzäunen. Andersrum, wenn die Viehzüchter haftbar wären, müssten sie natürlich selber für die Umzäunung sorgen, nämlich ihres Hofes. So, wie gesagt, die Tatsache, dass wir strikte Nichthaftung haben, spiegelt wieder, wie wichtig die Viehzucht für die kalifornische Wirtschaft war. Und gleichzeitig, so argumentiert Vogel zumindest, war diese strikte Nichthaftung ein Hemmnis für die Entwicklung der Landwirtschaft insgesamt in Kalifornien. So, und ab 1851 wurden dann nach und nach insgesamt 150 Gesetze eingeführt, die den Getreidebauern in immer mehr Fällen Entschädigung zugestanden. Das heißt, die Haftung lag jetzt nicht mehr ausschließlich bei den Getreidebauern, sondern es gab immer mehr Fälle, immer mehr in den Gesetzen vorgeschriebene Fälle, in denen eben die Viehzüchter auch haften konnten. Das heißt, die Haftung wurde so ein bisschen verlagert, so ein bisschen Richtung Mitte. So, und was würden wir jetzt laut Coase-Theorem erwarten? Na ja, gegeben, dass die Annahmen des Coase-Theorems erfüllt sind, würden wir erwarten, dass die Ressourcenallokation von diesen Gesetzesänderungen unberührt bleibt. Denn die betroffenen Parteien würden ja unabhängig von der Verteilung der Handlungsrechte zu einer effizienten Verhandlungslösung gelangen. Und die Handlungsrechte, das beschreibt hier, wer eben dafür zu sorgen hat, dass das Vieh keinen Schaden anrichtet. Dass das Vieh von den Viehzüchtern keine Externalitäten verursacht. Und die Externalitäten wären eben der Schaden auf den Getreidefeldern. Und was heißt Ressourcenallokation in diesem Fall? Ressourcenallokation heißt, das sind einfach nur die Ressourcen, die den Aktivitäten Viehzucht und Getreidewirtschaft relativ gewidmet werden. Oder, einfacher gesagt, die Output-Niveaus von Viehzucht und Getreidebau. Also die Produktion. So, und in Wirklichkeit passiert da aber etwas ganz anderes. In der Zeit ab 1851 beobachtet man stark gestiegenen Output im Agrarsektor, insbesondere für Weizen anbauen, was ja zum Getreidebau gehört. Und dies wird von Vogel als Evidenz interpretiert, dass die Coase-Hypothese hier nicht zum Tragen kommt. Dass Coase-Verhandlungen anscheinend, dass die Invarianz hier nicht gültig ist. Dass es anscheinend doch richtig zu sein scheint, welche Seite das Handlungsrecht hat. Und eine potenzielle Erklärung, die Vogel, 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 ist egal, vorschlägt, ist, dass in dem Fall, den wir uns hier anschauen, eben die Transaktionskosten asymmetrisch verteilt sind. Was ist damit gemeint? Naja, man kann argumentieren, die Transaktionskosten von Verhandlungen sind niedriger, wenn die Viehzüchter haften. Warum ist das so? Nochmal, man kann argumentieren, die Transaktionskosten von Verhandlungen sind niedriger, wenn die Viehzüchter haften. Warum ist das so? Weil, wenn die Viehzüchter nicht haften, dann muss ja jeder einzelne Getreidebauer mit jedem Viehzüchter verhandeln, dessen Viehpotenzial auf seine Felder entlaufen könnte. Und umgekehrt müsste nur eine Verhandlung stattfinden. Und deswegen sind die Transaktionskosten in diesem Fall viel höher. Und das ist eben ein Grund, der hier angebracht wird, warum der Agraroutput vor diesen ganzen Gesetzesänderungen eventuell niedriger gewesen sein könnte. Und eine Kritik, die ich noch anbringen würde bei dieser Studie ist, dass es bei dem Ergebnis, der Studie möglicherweise eine Scheinkorrelation ist. Dass wir es möglicherweise mit einer Scheinkorrelation zu tun haben. Was ich genau damit meine, können Sie sich vielleicht schon denken, aber das werden wir am Freitag noch ausführlicher in mindestens einer Übungsaufgabe behandeln. genau, aber so als Schlussfolgerung dieser Studie, Vogel selber schließt daraus, dass das Großtheorem nicht gültig ist, aber ich würde sagen, eigentlich passt das Ergebnis zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ab einem bestimmten Grad von Transaktionskosten funktionieren kostische Verhandlungen einfach nicht mehr und dann kann man eben auch nicht die Invarianz in Bezug auf die Handlungsrechte beobachten. Okay, nächste Studie, genau, also fast das gleiche Setup, wir sind sogar immer noch in Kalifornien, das ist eine Studie von Robert Alexon von 91 und hier geht es um nur ein County, County ist sowas wie Landkreis, würde ich sagen, Shasta County in Kalifornien es ist eine Fallstudie, aber immer noch eine empirische Studie und Alexon beobachtet eben innerhalb dieses Counties gibt es sogar innerhalb dieses Counties gibt es Variationen in Bezug auf die Haftungsregeln. In manchen Gemeinden haften die Viehzüchter, das ist ein sogenanntes Closed Range Law und in manchen in anderen Gemeinden haften die Getreidebauern. Das ist dann das sogenannte Open Range Law. Und was Alexon jetzt beobachtet ist, dass benachbarte Viehzüchter und Getreidebauern erreichen in der Regel durch Verhandlungen effiziente Allokationen. und aber Alexon argumentiert der Wirkungsmechanismus, der dahinter steckt, also die Kausalität, die dahinter steckt, hat weniger mit der Mechanik von Coase-Verhandlungen zu tun, also das, was wir uns im Theorie-Teil angeschaut haben, sondern eher mit moralischen Wertvorstellungen und damit, dass man wiederholte langfristige Interaktionen hat. Was ist hiermit gemeint? Mit moralischen Wertvorstellungen? Alexon beobachtet, dass in fast allen Gemeinden sind es die Viehzüchter, die die Zäune aufstellen, auch wenn sie selber nicht haften. Das heißt, die Viehzüchter fühlen sich moralisch verpflichtet, dies zu tun, weil es ihr Vieh ist, das den Schaden verursacht. Und Coase-Verhandlungen scheinen jetzt hier nicht relevant zu sein, weil Viehzüchter und Getreidebauern, die benachbart sind, die sind ja in einer langfristigen wiederholten Interaktionssituation. Und wenn Sie sich zurückerinnern an ÖR1, Sie haben sehr wahrscheinlich da auch eine Einführung in Spieltheorie bekommen, wenn Sie sich da zurückerinnern an Dilemmasituationen, dann ja, da ist es ja so, wenn man ein Gefangene-Dilemma nur einmal spielt mit jemand Unbekanntem, dann kommt wahrscheinlich eine nicht-kooperative Lösung, Situation raus. Aber wenn man eben eine langfristig wiederholte Situation hat, wenn man also mit der gleichen Person immer wieder das Gefangene-Dilemma spielt, dann ja, dann beobachtet man, dass die meisten Leute sich langfristig auf die kooperative Lösung einigen können. das hat natürlich auch mit moralischen Wertvorstellungen zu tun, mit Werten und Normen, mit, genau. So, und Alexon interpretiert diese starke Prävalenz von moralischen Wertvorstellungen als Reaktion auf die hohen potenziellen Transaktionskosten, die ein Rechtsstreit unter Nachbarn mit sich bringen würde. Weil, eben weil, wir wissen, wahrscheinlich werden wir unser Leben lang neben unseren Nachbarn wohnen, weil wir das wissen, wissen wir auch, wenn wir jetzt einen großen Rechtsstreit vom Zaun brechen würden, dann würde es das Zusammenleben natürlich auch sehr unangenehm machen. und das antizipierend legt man eben großen Wert darauf, kooperativ zu sein, um solchen Streit zu vermeiden. Und in gewisser Weise haben wir hier also eine modifizierte Langfristversion des Coase-Theorems vorliegend. also wir haben quasi einen weiteren Wirkungsmechanismus aufgetan, in dem das Coase-Theorem gültig sein kann oder in dem langfristig effiziente Ergebnisse erreicht werden. Genau. Obwohl ja argumentiert wird, dass es hier nicht so viel mit der Verhandlungssituation zu tun hat, kommt ja doch am Ende so eine Art Invariance-These raus. Also unabhängig davon, ob Closed-Range-Law gültig ist oder Open-Range, scheinen die benachbarten Bauern kooperativ zu sein und die effiziente Allokation zu finden. Von daher können wir immer noch von einer modifizierten Version des Coase-Theorems sprechen. So, kurze Pause.